Da ist der Stein schon, glaub ich, ne? Ja, und da ist die Burg. Ich seh halt nichts, das ist so brutal neblig. Du fährst fast genau drauf zu. Ah, okay, jetzt auch. Genau, da steht auch die Werkbank schon. Okay. Alles gut. Ich kann's jetzt auch wieder reparieren hier. Ich hab's repariert. Alles gut. Okay. Wir müssen ein bisschen leer ran. Ich geh schon mal, ich hol schon mal den Wagen. Jetzt haben wir halt genau gegen Wünsch. Ah. Hallo? Wieso kann man nicht drudeln? Das ist doch... Oh, fang. Muss ich jetzt echt auf den Wind warten? Äh, ja. Ja. Toll. Ja, dann warte ich halt mal. Ähm, hab ich Holz dabei? Hast du Holz dabei? 24. Ich bräuchte es. Ah ne, passt. Alles gut. Wir werden gleich nochmal hier was... ...bauen, damit wir da ein bisschen einfacher... Ach, das ist doch doof jetzt. Hallo, Wind. Kannst du dich drehen, bitte? Lieber Wind. Ich will einfach nur einmal in die Bucht fahren. Und stattdessen dreht sich der ständig. Der kommt mir halt genau entgegen. Kannst du vielleicht ein bisschen so seitlich... Was machst du denn hier? Das auf sich greift was an, ja. Warm, Alter. Warm. Kriegst voll die Faust ins Gesicht, Bruder. Hör du Graulinger. Lärf mich nicht. Boom, Junge. Kannst du versuchen, so ein bisschen seitlich oder so? Ja, versuche ich gerade, aber... ...es bewegt sich echt... Kein Zentimeter, würdest du mir das sagen? Sehr wenig bis gar nicht. So. Komm mal. Def, def. Ja. Ja, komm, wir haben ein bisschen Fahrt. Hm, ach so. Kann ich... Ja. Oh ja. Ja, ja. Hier kommt man raus. Sehr schön. Ja, du bist da. Ja, komm, ja. Jetzt am besten die Tore schließen, wenn sowas gehen würde. Ähm... Sorry, Salz aber drin. Ach so, warte mal, es geht dann raus. Ja. Aber nicht rückwärts, ne? Ja. So, jetzt auch. Oder? Mhm. So. Ja, ich treibe zurück, leider. Hm. Ach so, da ist ja der Karren. Ja. Not in the right position? Hä? Was? Äh, ja. Andere Seite. Ach so, ziehen, meinst du? Nee, nee. Ich wollte einfach nur, ich wollte einfach nur was reinlegen, eigentlich. Kann ich auch was reinlegen? Ach so, okay. Äh, du hast noch nämlich was fertig gemacht, wusste ich nicht. Okay. Okay. So. Ob ich nicht miede? Oh Gott. Das Ding ist schwer, ja? Hau einfach ab, ist okay. Das kann leider nur eine tragen. Vollgas. Du mich auch. Oh, gesunder, mate. Ich hab gedacht, du hast mir gerade so eine Hähnchenkeule hin geworfen, so. Nach dem Motto so, ja, komm, 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 komm. Ich hab dir was Besseres hin geworfen, auf jeden Fall. Schnaps, nein, nicht mal Schnaps. Du hast kein Holz. Ach so, ja, stimmt, ich hab alles abgelegt. Oh, so, jetzt hol ich... ...unser Schätzchen hier raus. Ja, klar, wirf alles raus. So, ein Hayopai. Okay. Okay. Das ist echt so ein kleiner Hayopai halt. So, dann gib mir das. Hast du kein Holz mehr? Okay, du hast kein Holz mehr drinnen. Warum hast du das Holz rausgeholt? Warum? Okay. Hier ist genug Holz. Mach Spaß. Du kannst den Kacken gerne leeren, außer die Zinn-Sachen. Okay. Weil das macht kein Zinn. Das war also ganz bestand... Okay. Weil es halt kein Zinn macht. An der Uralte Samen. An das Ohr gehalten, hört man sehr leise Früste zu mir. Okay. Was ist das? Was? Mach einmal 20 von diesen Grauzwergen-Augen. Mhm. Brötal. Brötal, hey. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ja, erstmal alles fett reparieren. Alles kaputt. So. Jo. Ah. So. Pole neu. Hehe. Hehe. Super. Super, Ingo. Nicht Diesel. Ich trage wieder zu viel. Kenne ich. So. Weg, weg. Dann. Okay, ich könnte... Wie viel brauchen wir nochmal für... Ähm... Einen... Achso, ich hab gedacht, äh, wegen dem Umhang. Und so. War der? Kannst jetzt alles rauskommen, okay. Genau, genau, genau. Also, das hab ich schon mal. Okay. Okay. Komm mal her. Ich hab ja was für dich. Yeah. Wo kann ich den Umhang jetzt machen? Niko, wo kann ich den Umhang machen? Da hab ich was für dich. Okay, und jetzt hier, oder was? Jetzt kann ich ihn, ja. Tischfellumhang. Yeah. Danke. Cool. Wir haben eine Evolution hinter uns. Mhm. Ja. Was haben wir denn? Was... Das interessiert mich gerade. Was bringt der uns? Quali 1, also... Rüstung 1. Okay. Rustikal, aber schick. Gibt's andere Umhänge? Hier nicht. Hm... Patientumhang. Hm-hm. Nee, gut. Das ist... Die Workbench. So. 1, 2, 3. Das da. Okay. Ich will mal eine Runde braten. Ba-ba-was? Braten. Ich hab bestimmt ein Baden. Also, ich... Nee, nee. Ist schon wieder so weit. Ist schon wieder Weihnachten. Schon wieder Weihnachten. Es ist furchtbar, was der Alexa wieder sagt. Und zack, zack. Wir werden wohl gleich wieder Holz hacken müssen, wie ich sehe. Hm, machen wir dann. Da können wir tatsächlich... Aber waren nicht in der Holzkiste noch über 100? Da sind die auch schon, Fuji. Okay. Verstehe. Wir haben... Was bringt denn der? Äh, stellt Gesundheit wieder her. Gewicht 3. Gesundheit über Zeit. Gesundheit 50. Gesunder Med. Okay. Sehr gut. Klingt gesund. Es ist ein gesunder Med mit viel gesunden Med. Können wir... Können wir schon schlafen, oder? Warten wir mal noch kurz. Okay. Ich sitze hier und fülle eigentlich nur nach. Puh. Warte mal. Drei barren. Na, ich kann mir fast endlich auch meinen Helm basteln. Yes. Es fehlen nur noch zwei Stück und dann... Jo, jetzt wird's Abend. Oder? Oder wird's die ganze Zeit gefühlt Abend und man denkt nur, dass es Abend wird, aber es wird nie. Ja, es wird langsam Abend. Doch, doch. Okay. 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 Ja, und beim nächsten Holz sammeln müssten wir tatsächlich mal gucken, dass wir unser Hütchen hier fertig machen, ne? Mhm. Oh, weißt du was? Ich hab ne Idee. Hier vorne könnte man auch nicht richtig geile... Achso. Aber Feuerstelle, wenn's regnet, ist es wieder richtig blöd. Ja. Leider. Ich frage mir... Ah ja, jetzt fangen wir an zu frieren. Okay. Ja, denn... Lass uns... Jetzt bist du mir grad davon gelaufen. Ich bin grad da. Ich bin zur anderen Tür rein und du willst zur anderen Tür raus. Achso. Sorry. Ich hau grad Zeug rein. Okay. So, und jetzt... Natürlich legt ihr hier auch noch mal was hin. Was denn das? Vorm... Vorm Ofen. Ach, danke, danke. Hab ich grad für alle fertig gemacht. Dankeschön. Dann... Schlaf und Freit. Ich bin froh, wenn wir langsam dann auch unser... Unsere Kisten... Spaßerei wegschieben können, weil... Ich versuch jetzt in diesem Queranbau tatsächlich ausschließlich erstmal... die Kisten hinzubauen. Okay. Also in diesem Queranbau da hinten, weißt du? Ja, soll ich damit anfangen oder soll ich eher Holz sammeln? Dann komm, dann bau die Kisten. Ich hab dir das Holz gerade nochmal reingelegt. Okay. Machen wir das so. Ist klüger, glaube ich. Ach, für die Bretter braucht man... Für die Schilder braucht man wieder... Kohle. Kohle, oder? Ja, ein Kohle braucht man dazu. Ah ja, gut. Okay. Ja, ich fang einfach mal hier links an. Ich baue die hier auch einfach ab. Ja, aber weißt du, wie man das in so Doppelreihen macht? Nee. Also, du baust quasi ein Podest drauf. Warte mal. Ich komm mal rüber. Ich zeig dir mal, was ich meine. Das Podest kenne ich. Ähm, guck mal. Ein Objektständer, oder? Wo bist denn du? Nicht da unten. Hier rum. Ja, ja, ich weiß schon. Hilfe. Wo bist du? Hilfe. Hilfe, Diko. Hä? Kommen wir hier? Na, wir hätten das... Ich hätte das vorher schon doppelt machen müssen. Ja, warte mal. Na. Warte mal. Ich brauche hier eine Handwerksbank. Hm? Boah, ich hoffe, das... Das hält jetzt. Wenn nicht, kommt gleich die Decke runter. Okay. Wir machen das so, siehst du? Und dann bauen wir hier einen Boden dazwischen. Und dann kommt... Oder warte mal, nee, wir machen es kleiner sogar. Kleine Böden, oder? Ja, genau, genau, genau. Ich hoffe, das geht. Brauchen wir dann noch? Egal. Und dann gucken wir mal wegen den Kisten. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ja, das passt. Das war so, die Idee dahinter. Dann können wir nämlich denken, äh, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Aber dass wir irgendwo dann ein Schild anbringen können oder so. Vielleicht ein bisschen Platz lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte ja dann auch gleich Holz bringen. Also... Schauen wir mal zu dem Holz. Bin gleich wieder da. Ja, ja. Gut, wenn ich drüben abbau, habe ich ja eh das ganze Holz immer drin. Ah, stimmt. Schlaufen hier noch. Was meinst du? Es ist noch so offen hier, sage ich. Ja, ja, wir haben einfach nicht das Holz dazu gerade. Kann ich das hier zuschließen? Wahrscheinlich, oder? So. Da. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. So. Ich gehe ordentlich mal Holz holen. Mhm. Du, 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 du. Ich werde den ganzen Oval abholzen hier. Bleib da. Bleib da. Bleib doch einfach stehen. Danke. Ja. Jetzt schlage ich gegen die Buche schon. Alles gut. Alles gut. Und jetzt werde ich geliebt von drei Grauzwergen. Meine Güte, Leute. Warum lernt ihr das denn nicht? Ich habe euch nichts zu melden. Oder ihr habt nichts zu melden. Aber ihr wisst, was ich meine. Gebt mir das Holz. Okay. Okay. Ich habe den Kohlemeiler jetzt nochmal voll gemacht. Ah, sehr gut. Und, quats. Herzlichen Glückwunsch. Du bist gut gelandet. Und das war's auch. Dann, ja. Eins. Zwei. Drei. So. Zwei. Drei. Ja. Und tschüss. Wo bist du denn? Da. Bisschen Holz ist schon da. Also. Im Wagen. Ja, ja. Kannst du das? Äh. Okay. Steine. Wie viel kann ich denn tragen? Oh. Okay. So viel nicht. Ah. Nimm den Wagen oder so. Keine Ahnung. Also den. Für das andere Zeug. Und abbauen. Abbauen. So. Ist auch zerfleddert. Ich werde jetzt ja gleich wieder los. So. Und. Rufgekloppt. Oh. Nächstes Level. Für Holes hacken. So. Also ich komme auf jeden Fall. Das ist ne andere Wagen. Achso. Du hast einen mitgenommen. Genau. Nehmen wir zwei. Du kannst den einen da ja nehmen. Den. Wo das. Ja, ja. Jetzt drin ist. Oh ja. Steine. Steine haben wir schon einige, gell? Ja. Oh. Ich habe hier ein Schrein oder sowas gefunden. Oder eine Wikinger Toilette oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Eine Wikinger Toilette. Da wachsen Pilze drunter. Rote Pilze? Ja. Oh. Das ist gut. Ich glaube, das tut uns gut. Da kann ich nämlich eine Karottensuppe machen. Ist die gut? Weiß ich noch nicht. Ich konnte sie noch nicht machen. Wir haben rote Pilze gefehlt. Ich habe zwei gefunden. Oh je. Jetzt habe ich schon zu viel Zeugkörper. Wagen. Komm mal her. Eins, zwei, drei. Ja. Fünf, sechs, sieben, acht. So war. Komm, auf geht's. Ah, du ziehst gerade den Wagen? Ja. Wow. Guck dir mal diesen starken Burschen an. Burschen. Burschen. Okay, glaube ich. Ah, ist gut. Gut. Burschen. 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 Burschen.